Werner Bergengrün, der Abenteurer. Ein junger Mann, möge er in Gottes Namen Polidoro heißen, nahm von seinen in Palermo leben Eltern Abschied, weil er zum Studium nach Padua reisen sollte. Der Vater schenkte ihm eine prächtig gebundene Ausgabe des Ulpianus, grünes Leder mit Gold bedruckt. Die Mutter packte ihm neue, schön gesäumte Hemden ein, und er fragte, ob sie auch Faden und Nadel nicht vergessen habe, damit er nicht mit jenem kleinen Schaden auf Wirtinnen und Mägde angewiesen sei. Die Eltern umarmten und küßten ihn viele Male und wünschten ihm alles Wünschbare. Die guten Lehren und Ermahnungen, die jeder von uns empfangen und ohne Zweifel vortrefflich befolgt hat, unterließen sie ihm mitzugeben, da ihnen seine zuverlässige Gemütsart bekannt war. Höchstens, dass die Mutter ihm noch aus dem Fenster nachrief, er möge sich vor unreifen Feigen hüten und nicht bei unzureichender Beleuchtung studieren. Der junge Mann gelangte ohne Unfall nach Padua, mietete sich ein Zimmer in einer stillen Seitengasse und machte sich an sein Studium. In Padua kannte er niemanden, und es war auch nicht seine Art, auf der Straße oder in Wirtshäusern Bekanntschaften zu machen. Dazwischen sprach er ein paar Worte mit anderen Studenten, mit denen er in Vorlesungen zusammentraf. Aber da jeder von diesen seine eigenen Angelegenheiten, seine Freundschaften, Liebschaften, Abneigungen und Vergnügungen im Gehirn hatte, so führten ihn solche Begegnungen nicht aus seiner Abgeschlossenheit hinaus. Daher hielt er sich viel zu Hause bei seinen Büchern auf und setzte sich nur dazwischen auf die Fensterbank und malte sich im Hinausschauen allerlei abenteuerliche Erlebnisse aus, wie man sich Abenteuererlebnisse ausmalt, wenn man in Hausschuhen am Fenster sitzt und über Gärten und Straßen sieht. Denn in diesem Jugendalter träumen von abenteuerlichen Erlebnissen ja auch die Naturen, welche gewohnt sind, sich nach Faden und Nadel zu erkundigen. Waren es warme Sommernächte, Sternklare oder Mondhelle, so liebte er es, mit seiner Gitarre durch die Straßen zu gehen. Ein Gebrauch, der in Padua wohl nicht ganz unbekannt war, aber nicht so allgemein geübt wurde wie in seiner Heimat. Hier und da ein paar Töne zu greifen und ein paar Takte eines Liedes zu summen, in welchem etwa von einer Schäferin oder vom Abschied aus dem Elternhause oder von einem unglücklich Liebenden die Rede war. Und dabei dachte er oft daran, wie er freilich von seinem Elternhause Abschied genommen hatte. Übrigens schickte sein Vater ihm pünktlich das Geld, dessen er bedurfte. Aber weder eine Schäferin kannte, noch ein unglücklich Liebender war, noch überhaupt etwas erlebte, wie die jungen Leute, von denen er wohl gelesen oder erzählen gehört hatte. Auf den Straßen sah er Menschen, die zu Paaren gingen. Einmal wurde er Zeuge einer studentischen Rauferei, welche von Stadtsoldaten unterbrochen wurde. In großen, vornehmen Häusern sah er erleuchtete, aber durch Vorhänge gedeckte Fenster. Hier mochten vergnügte Gesellschaften beisammen sein, oder aber eine schöne Frau saß einsam vor ihrem Stickrahmen und dachte daran, ob nicht einmal ein junger Mensch käme, der bereit sein könne, um ihretwillen ein Abenteuer zu bestehen und sie mit diesem zu beglänzen. In solchen Gedanken griff er ein paar Akkorde, als eine Frauenstimme ihn aus einer Haustür anrief, mit jenem Zischlaut, der gleichzeitig zu Aufmerksamkeit, Vorsicht und Verschwiegenheit auffordert. Der Student hob den Kopf und gewahrte eine ältliche Frauensperson, die zur Dienerschaft dieses reichen Hauses gehören mochte. Er trat betroffen auf sie zu, sie ergriff seine Hand und sagte »Leise, leise« und führte ihn eine schwach beleuchtete Treppe hinauf. Sie kamen durch einen Gang und verschiedene Räume in einen großen Saal mit Bildern und schöner, mattroser Wandbespannung. Es ließ sich aber nicht viel unterscheiden, denn es brannte nur eine Doppelkerze auf einem der Seitentische. »Einen Augenblick Geduld«, flüsterte die Magd und eilte hinaus. Der Student lehnte seine Gitarre in einen rosa bezogenen Sessel mit vergoldetem Holzwerk. Das Herz klopfte ihm. »Dies ist das Abenteuer«, fühlte er. Nach kurzem Warten hörte er Schritte. Drei junge Männer, von denen einer eher ein Knabe schien, stürzten mit bloßen Degen einander drängend und überholend durch die Tür am anderen Ende des Saales und kamen durch die ganze Länge des Raumes auf den Studenten zugelaufen. Der Jüngste, welcher hübsch und wild aussah, war als erster vor ihm und schrie »Bist du der Halunke, der meine Schwester ins Gerede bringen will?« und damit machte er einen Ausfall. »Bei allen Heiligen, ich kenne Sie ja gar nicht«, rief der Student. »Feigling«, antwortete der andere und stieß zu. Der Student hatte natürlich auch seinen Degen gezogen und wehrte den Ausfall des hitzigen und ungeübten Jungen ab. Inzwischen waren die beiden anderen nachgekommen, einer nahm den Doppelleuchter, ließ das Licht, auf das Studentengesicht fallen und rief »Ja, nein, doch, ich weiß nicht recht«. Und eben solche Ausrufe der Überraschung und des Zweifels tat auch der andere, während der Jüngste immer noch mit seinem Degen fuchtelte und dazu rief »Er muss sterben, er hat Olympia in Unehre gebracht.« Jetzt kam sehr rasch ein älterer Herr in den Saal, hager und verdrießlich, in einem pelzbesetzten Damast-Schlafrock und sagte »Was macht ihr denn?« »Hier ist doch kein Fechtboden und die Wandbespannung ist erst vorige Woche erneuert worden.« Der Junge ließ nun von Polidoro ab, rannte dem Alten entgegen und krähte »Er hat Olympia in Unehre gebracht.« »Unehre, Unehre, das sind so geräuschvolle Vokabel«, sagte der Alte streng. »Stecke zuerst dein Mordgewehr ein. Man sollte euch jungen Leuten hübsch bemalte Besenstiele in die Scheiden klemmen. Das wäre gescheiter.« »Ich verstehe nichts«, sagte Polidoro. »Man bittet mich in dies Haus?« »Ist er es nun oder nicht?« rief der Mittlere. »Und alle fünf bildeten eine verquere Gruppe.« »Ich hole Olympia«, erklärte der Älteste der drei Brüder und lief davon. »Sie kennen meine Tochter nicht?« fragte der Hausherr. Polidoro verneinte. »Und das alles bei Nacht?« meinte der Hausherr mit einem Seufzer. »Ich habe gesagt, er soll nicht gleich so hitzig werden«, warf der Mittlere ein. »Aber du weißt ja, wie er ist.« Er wollte erzählen, aber der Jüngste nahm ihm das Wort weg. »Ich höre, Olympia trifft sich mit einem Studenten. Ich passe auf, es kommt ein Brief ins Haus, er will mit der Gitarre ein Zeichen geben, die Zofe soll in ihren Garten führen. Ich behalte den Brief, ich stelle die Köchin an die Tür, hier steht er. Ich wache über die Ehre meiner Schwester.« »Ehre!« »Ehre«, sagte der Vater. »Wenn ihr älter werdet und mit Geschäften zu tun habt, werdet ihr merken, dass die Nachtruhe auch ein gutes Ding ist.« Der älteste Bruder kam zurück und hielt am Handgelenk ein schönes, schwarzhaariges Mädchen, das einen Ausdruck von Zorn, Angst und Verachtung hatte. »Kennst du den da?« schrie der Jüngste sie an. »Lass mich zufrieden. Ich habe ihn nie gesehen«, antwortete sie. »Ihr seid ja wahnsinnig, alle miteinander.« »Es ist meine Pflicht, die Ehre meiner Schwester zu bewachen«, sagte der Jüngste wieder. »Ach du, man sollte dir den Hintern verhauen und dich in die Schule schicken«, rief sie zurück. Dann schluchzte sie auf und lief aus dem Zimmer. »Gut, es ist ein Irrtum«, erklärte der Jüngste. »Jetzt werden wir der Reihe nach mit ihm fechten, ich zuerst, denn er darf nicht leben aus dem Haus, sonst plaudert er unsere Schande aus.« »Schande, Schande«, sagte der Vater, »was ist das schon für eine Schande?« »Wir wissen ja noch gar nicht, wie sich die Sache verhält. Es ist möglich, dass sie nur zu zweit in den Mond gestarrt haben, dergleichen kommt vor.« »Ich werde nachher mit Olympia sprechen. Vielleicht schicke ich sie für ein paar Wochen zu ihrer Patin. Wir werden den Herrn nicht nur um Entschuldigung, sondern auch um Verschwiegenheit bitten. Und er wird uns beides gewähren, da er ja ohne Zweifel ein Mann von Herkommen und Erziehung ist.« Damit war dem Polidoro wieder das Wort erteilt, denn während dieser letzten Gespräche hatte man sich um ihn am allerwenigsten gekümmert und er hatte mit großen Augen dem Mädchen nachgestarrt. Jetzt sagte er, er verstehe alles und er werde natürlich keinen Gebrauch von einem Geheimnis machen, in das er aus Zufall hineingesehen habe und so etwas könne ja vorkommen, bitte sehr, und er habe auch für die Hitzblütigkeit des jungen Herrn alles Verständnis. Dazu machte er eine höfliche Verbeugung. Der alte Herr dankte ihm und gab ihm die Hand und dasselbe taten unter Entschuldigungen die beiden älteren Söhne und zuletzt wurde auch der widerstrebende Jüngste dazu genötigt. Polidoro atmete auf dem Heimweg die milde, nächtliche Luft tiefer als sonst. Dann sang er leise vor sich hin und dachte darüber nach, wie er jetzt doch ein Abenteuer erlebt hatte, gleich einem bunten und ritterlichen Traum und wie er aus ihm hervorgegangen war, ohne an seiner Gesundheit oder an seinem Beutel einen Schaden zu nehmen. Und dann träumte er wieder von dem großen Saal mit der rosa Wandbespannung, von den entblößten Degen und dem schönen Mädchen. Und er war stolz darauf, ein so wichtiges Geheimnis zu verwahren. Und er dachte sich, wie er später einmal als Notar in Palermo seinen Kindern und Enkeln von dieser Begebenheit erzählen würde. Denn dann würde er wohl nicht mehr gegen sein Schweigegelöbnis verstoßen, auch brauchte er ja keinen Namen zu nennen. Er überlegte, ob er noch einkehren und ein Glas Wein trinken sollte. Aber dann meinte er, er habe genug Abenteuer gegeben. Aber dann meinte er, es habe genug Abenteuer gegeben in dieser Nacht. So ging er durch die Straßen, in denen immer noch Menschen umherflanierten und kam in die unbelebte Seitengasse, in welcher er seine Wohnung hatte. Er war von dem Hause nur noch wenige Ellen entfernt, da hörte er Sprungschritte hinter sich und jemand schrie ihm wütend zu, er solle es sogleich seinen Degen ziehen. Polidoro wollte fragen, aber er sah sich angegriffen und musste gehorchen. Es war viel zu dunkel, als dass an ein kunstmäßiges Fechten zu denken gewesen wäre. Plötzlich klirrte der Degen des Anderen zu Boden. Polidoro setzte rasch den Fuß darauf. Sein Gegner musste wohl einen Versuch gemacht haben, die Waffe aufzuheben und dabei über Polidoros vorgeschobenen Fuß gestolpert sein. Kurz, er stürzte zu Boden und sagte, Mein Herr, ich bin in Ihrer Hand. Ich bitte Sie aufzustehen, erwiderte Polidoro höflich. Aber warum haben Sie mich angegriffen? Sie fragen, haben Sie mich denn nicht erkannt? Ich bin Fulvio. Polidoro merkte an der Mundart, dass er einen Sizilianer vor sich hatte. Wir sind Landsleute, sagte er. Fulvio, ich kenne Ihren Namen nicht. Ich heiße übrigens Polidoro. Fulvio, der sich erhoben hatte und mit der Linken den Staub von seinem Anzug klopfte, sprach feurig und schönrednerisch zugleich wie einer, der die Eloquenz nicht nur studiert, sondern mit der Ammenmilch eingeschluckt hat. Götter, Sie kennen mich nicht? Sollte Olympia ihn nicht genannt haben? Götter, Sie kennen meinen Namen nicht? Sollte Olympia ihn nicht genannt haben, als Sie sich miteinander über mich lustig machten? Olympia, rief Polidoro, Sie täuschen sich. Ich werde Ihnen alles erzählen. Sind Sie verwundert? Die Frage verrät Ihre Großmut. Ihre Finte und Ihr Handstoß waren meisterhaft. Kommen Sie herein, es muss für Ihre Wunde gesorgt werden. Fulvio sträubte sich unter vielen Komplimenten, dann stiegen sie hinauf. Polidoro machte Licht und verbannt Fulvios rechte Hand, die eine unbedeutende Verletzung erhalten hatte. Fulvio erzählte lebhaft und mit vielen Bewegungen, weil er zu diesen, auch der Rechten bedurfte, riss er sie dem Polidoro dreimal aus den Händen. Er habe mit Olympia ein Stündchen in deren väterlichen Garten beisammen sein wollen und deshalb einen Brief geschrieben. Am Nachmittag kam die Zofe, sein Brief sei den Brüdern in die Hände geraten, er möge lieber nicht kommen. Nun habe er es aber nicht lassen können, wenigstens vor dem Hause auf und ab zu gehen. Die Leidenschaft, verstehen Sie? Die Leidenschaft. Da sah er den Polidoro eintreten und glaubte sich zugunsten eines Nebenbuhlers betrogen. Auch Polidoro erzählte. Dann ging er in die Küche seiner Wirtin und fand einen Krug Wein. Fulvio pries Olympia und rezitierte Verse. Polidoro klimperte wehmütig auf der Gitarre, bis von unten mit einem Besenstiel gegen die Zimmerdecke geklopft wurde. Sie tranken. Polidoro erklärte, er sei so einsam gewesen. Sie umarmten einander und nannten sich Freunde. Fulvius Studien waren dem Abschluss nahe und er hatte die Anwartschaft auf ein einträgliches Amt. Aber eben, weil es zur Zeit noch eine Anwartschaft und kein Amt war, darum hatte er Olympias Vater seine Werbung noch nicht vortragen mögen und Olympia, die ihren Vater kannte, hatte das gut geheißen. Polidoro hatte sich stolz und stark getrunken. Er war gerührt über die eigene Großmut und hatte das Bestreben, Großmut und Rührung zu steigern. Er sagte, lasse mich machen, morgen gehe ich hin und bringe alles für dich in Ordnung. Darauf umarmten sie sich wieder und Polidoro ging um einen neuen Krug in die Küche. Weil Polidoro in der Nacht so aufregende Dinge erlebt und wenig geschlafen und auch mehr Wein getrunken hatte, als er gewohnt war, so befand er sich am nächsten Morgen in einer eigentümlichen Gemütsverfassung, die sich aus Übermut, Unbehagen, vordringlichem Stolz und heimlichen Befürchtungen zusammensetzte. Er bürstete sehr ordentlich seinen Sonntagsrock und seine Schuhe und dann begab er sich zu einem vornehmen Barbier, während er sich sonst selber rasierte. Hier musste er eine Zeit lang warten und weil er ein Verlangen nach frischer Luft hatte, so stellte er sich in die offene Tür und schaute auf die Straße hinaus. Es kamen viele Leute vorbei, Studenten, Händler, Frauen, Handwerker und Amtspersonen und Polidoro dachte, ob jemand unter ihnen wohl Dinge erlebt habe wie er. Plötzlich sah er Olympia auf der anderen Straßenseite. Sie hatte eine schöne Haltung und einen kräftigen Gang und kam aus der Kirche, denn die Zofe trug ihr ein Gebetbuch nach. Ihr Anblick ergriff Polidoro jetzt noch stärker als in der Nacht, denn inzwischen hatte er ja erfahren, dass im Leben eines mutigen Mannes für jedes Abenteuer Raum ist. Er erinnerte sich plötzlich an allerlei vernommene Geschichten und gelesene Bücher, wo ein Freund für den anderen eine Braut hatte hüten oder eine Werbung hatte vornehmen müssen und dann selbst von der Leidenschaft überwältigt worden war. Und dies war dann vielleicht verrucht gewesen. Allein es war eine Verruchtheit, mit welcher in den Geschichten sehr erhabene Gefühle und sehr rührende Reden verbunden gewesen waren. Ja, solche Seelenkämpfe hatten einem Mann dann wohl für sein ganzes Leben ein Gepräge von düsterer Größe gegeben. Auch in den Schauspielen hatte er Ähnliches gesehen und alle Zuschauer waren ergriffen gewesen. Eine vornehme alte Dame hatte mit dem frisierten Kopf genickt und sich die Tränen aus den Augen gewischt. Über diesen Gedanken merkte er kaum, wie er gebeten wurde, auf dem Rasiersessel Platz zu nehmen, wie er sich hinsetzte und der Barbier ihn einzuseifen begann. Ja, er wurde nicht einmal gewahr, wie dieser mit dem Rasieren fertig wurde und nun allerlei andere Verrichtungen mit ihm vornahm, ohne ihn erst um seine Genehmigung zu befragen, wie er ihn salbte und besprengte und einrieb, ihm die Haare kräuselte, vorstehende Härchen von Augenbrauen, Ohren und Nasenlöchern entfernte, ihm heiße Tücher auf der Nase ausdrückte. Erst als der Barbier mit einem verehrungsvollen Gemurmel nach seinen Händen griff, um ihm die Nägel herzurichten, da fuhr er zusammen und verwehrte ihm unwillig weitere Leistungen. Den ganzen Umfang des Geschehenen nahm Polidore indessen erst beim Zahlen wahr, mit etwas Erschrecken und Missbehagen. Aber dann betrachtete er sich noch einmal im Spiegel und nun hatte er das Gefühl, es müsse sich etwas Wichtiges mit ihm ereignen, etwas, das all dieses Barbiersgewese rechtfertige und aufwiege, etwas viel Gewaltigeres und Abenteuerliches, als das bloße Zustande bringen einer Versöhnung zwischen einem Landsmann und einer paduanischen Familie. Und warum, so kam es ihm auf der Straße in den Sinn, sollte es denn nicht gehen? Er dachte daran, dass seine Eltern ja angesehene und nicht unvermögende Leute waren und dass doch Olympias Vater eine Pflicht des Entgegenkommens vor ihm hatte. Und das Mädchen selbst? Nun, er hatte sich bravourös geschlagen und der Barbier ihn wundervoll zurechtgemacht, wenn es auch ein wenig teuer gewesen war. Und dann würde er jeden Tag sein Essen haben, wie es ihm behagte und nicht nach dem Allerweltsgeschmack der Gasthäuser und Kostfrauen. Unter solchen Gedanken kam er an. Die Zofe öffnete ihm, er verlangte den Hausherren zu sprechen und wurde in ein reich ausgestattetes Kabinett geführt. Hier möge er warten, der Herr werde kommen. Polidoro saß in einem Sessel und fand die grüne Bespannung nicht schlechter als die matt-rosa. Die Tür flog zurück, Olympia sprang ins Zimmer, drückte Polidoro's Hand und sagte, »Fulvio hat mir alles erzählt. Ich habe ihn in der Kirche gesehen. Er steht im Hausflur jenseits der Straße und wartet. Machen Sie Ihre Sache gut, mein Vater ist Ihnen gewogen. Er sagt, Sie hätten etwas so gesetztes. Und sie lief davon. Und gleich darauf kam ihr Vater durch die andere Tür. Er begrüßte Polidoro sehr höflich und sagte, er bedauere den gestrigen Vorfall ungemein und es sei ihm die größte Genugtuung, dass Polidoro mit dem bloßen Schrecken davongekommen sei. So etwas hatte er schon in der Nacht gesagt. Da war es kein Wunder, dass Polidoro mit Stolz etwas Neues erzählte, nämlich, dass es mit dem Erlebnis hier im Hause nicht sein Bewenden gehabt habe. Der alte Herr hörte zu und rief, mein Gott, und das alles durch die Schuld meiner Kinder. Polidoro erzählte weiter und sprach von Fulvio und fühlte sich wieder großmütig und gerührt und mit einem kleinen warnenden Unbehagen dachte er auch daran, dass der eifersüchtige Hitzkopf gegenüber der Haustür stand und mit großer Ungeduld auf ihn wartete. Da trug er nun alles sehr ordentlich vor, dass ja doch nichts Schlimmes geschehen sei und dass die jungen Leute einander liebten, man wisse ja, wie das bei jungen Leuten sei und Fulvio habe ein einträgliches Amt zu erwarten und sein Mutterbruder sei Domkapitular und von seiner Geschäftskunde habe Fulvio ihm in den Gesprächen der Nacht manche Probe gegeben und seine Familie sei auf der ganzen Insel bekannt. Das alles war wie eine richtige rechtsgelehrten Rede und der alte Herr nickte ein paar Mal ganz gerührt und als Polidoro fertig war stand er auf und sagte Sie sind ein ausgezeichneter Sachwalter warten Sie hier ich will überlegen was geschehen soll Er ging hinaus und als er mit dem Überlegen fertig war da kehrte er mit Olympia und seinen drei Söhnen zurück Olympia sprang ans Fenster und winkte mit ihrem Taschentuch hinaus dann ging sie auf Polidoro zu nahm seinen gesalbten Kopf in beide Hände küßte ihn rasch auf den Mund wie man ein hübsches Kind küsst es ist ja alles in Ordnung sagte der alte Herr und die Söhne gaben Polidoro die Hände und meinten lachend wir kennen uns ja schon während Fulvius Schritte die Treppe hinaufsprangen sagte Olympia zu Polidoro ich weiß alles von ihnen wir werden dafür sorgen dass es ihnen in Padua gefällt und beim Hochzeits essen setzen wir sie neben die hübsche Riquetta da werden sie nicht lange einsam bleiben jahrzehnte später wenn Polidoro abends in seinem Garten in Palermo saß neben sich die Kinder die seine selige Frau Riquetta ihm geboren hatte dann sagte er gedanken voll ja als ich in Padua studierte tolle Köpfe sind wir da gewesen in einer Nacht mit Vieren die Klinge gekreuzt das war gar nichts und wir hielten zu unseren Freunden selbst wo das eigene Herz auf dem Spiele stand heutzutage ist die Welt zahm geworden es gibt keine großen Leidenschaften mehr heutzutage ist die Welt zahm geworden es gibt keine großen Leidenschaften mehr die leidenschaften leidenschaften leidenschaften